ASMR Märchen 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 AS вари ASMR Märchen ASMR Märchen AS survivors welcher Dornrössin schlief, da lag es und war so schön, dass er die Augen nicht abwenden konnte, und er bückte sich und gab ihm einen Kuss. Er ist mit dem Kuss berührt, hat er schlug und rüscht die Augen auf, erwacht, und blickte ihn ganz freundlich an, da ging sie zusammen herab, wo der König erwachte, und der Königin und der ganze Hof starrte, und sahen einander mit großen Augen an, wo die Beferde hoch standen auf, und drittelte sich, die Jagdrunde sprang und wedelte auf dem Dachzug des Köpfchen und am Blüten vor, sahen umher und flogen das Wett, die fliegen an den Wänden kochen weiter, und das Feuer in der Küche hob sich, verlangerte im Kord an das Essen, der Braten fing wieder an zu putzeln, und der Korkam dem Jungen eine Ohrfeige, das erschrie, und im Wacht rufte das Unwertig, und da wurde die Hochzeit des Königssohns mit dem Todröschen aller Brach gefeiert, und sie lebten die Vergnügung bis an ihr Ende. Der süße Spreiber, es war einmal ein angstwohlenes Mädchen, das lebte mit seiner Mutter allein, und sah, wie sie mehr zu essen. Da ging das Kind hinaus in den Wald, und beginnete ihm dann eine Altenfrau, die wusste seinen Jammer schon, und schenkte ihn an Töpfchen, und zudem sollte es auch, so kohlen es gut, süßen Hersebrei, und wenn es sagte der Pfirschen, so hörte es wieder auf zu kochen. Das Mädchen brachte den Tod seiner Mutter heim, und in Not waren sie ihrer Armut und ihrer Sohn ausledig, und aßen sie diesen Preis, so oft sie wollte. Auf eine Zeit war das Mädchen ausgegangen, da sprach die Mutter, der Pfir koche, da kochen, und sie ist sich satt, und will sie, dass das Töpfchen wieder aufhören soll, aber sie weiß das Wort nicht, also kochen das Wort, und am Preis steigen über den Rand hinaus, und kochen immer zu, die Küche und das ganze Haus voll, und das zweite Haus, und dann die Straße, als wollen sie die ganze Welt satt machen, und ist die größte Not, und kann nicht schweißig dazu helfen. Endlich, wie nur noch ein einziges Haus übrig ist, da kommt das Kind da und spricht nur, und er hat viel stehen, da steht es und hört auf zu kochen, und wer wieder in die Stadt wollte, musste sich durchessen. Frau Holle, eine Witwe hatte zwei Töchter, da wurden für die eine schön und fleißig, die andere hässlich und faul, sie hatte aber die hässlich und faul, weil sie ihre rechte Tochter waren wie Liebe, und die andere musste an aller Arbeit tun, und der Aschgebundel im Haus sein. Das arme Mädchen musste sich täglich auf die große Straße bei den Brunnen setzen, und musste so viel spinnen, dass sie das Blut aus den Fingern sprach. Nun trug es sich zu, dass die Schwule einmal ganz blutig war, dann bückte sie damit in den Brunnen, und wollte sie abwaschen. Sie sprang ihm aber aus der Hand, und fiel ihn ab. Es weinte, flieh zu Stiefmutter, und erzählte jedes Urglück. Sie schallte es aber so heftig, und war so unbarmherzig, dass sie sprach, was nun die Schwule hinunterfallen lassen. So holte sie auch wieder herauf. Da ging das Mädchen zu dem Brunnen zurück, und wusste nicht, was es anfangen sollte. Und in seiner Herzen sah, sprang das in den Brunnen hinein, und die Schwule zu holen. Es verlor die Bissinnung, und als es erwachte, und viele zu sich selber kamen, war es auf einer schönen Wiese. Für die Sonne schien, und fielte aus dem Blut und Stein. Auf diese Weise ging es fort, und kam zu einem Backofen. Da war voller Brot, das Brot aber rief, ach, zieh mich raus, zieh mich raus, sonst verbrenne ich, ich bin schon längst ausgepackt. Da trat er sie hinzu, und holte wie die Brotschiebe alles nacheinander heraus. Danach ging es weiter, und kam zu einem Baum, der hing voll Äpfel, und rief ihn zu. Ach, schüttel mich, schüttel mich, wir Äpfel sind alle miteinander heim. Da schüttelte es den Baum, dass die Äpfel fiel, als regnete sie, und schüttelte, bis keiner mehr rupert war. Und als es alle in einem Haufen zusammengelegt hatte, ging es wieder weiter. Endlich kam es zu einem kleinen Haus. Daraus guckte eine alte Frau, weil sie aber so große Zähne hatte, war dem Angst, und es wollte fortlaufen. Die alte Frau aber rief nach, was fürchtest du dich, Liebeskind? Bleib bei mir, wenn du mal bei dem Hausrat nicht tun willst, so soll es dir gut gehen. Du musst nur hart geben, dass du mein Bett gut machst, und es fleißig aufschüttelst, dass die Federn fliegen. Dann schneit es in der Welt. Und ich bin die Frau Holle. Weil die Alte ihm so gut zusprach, so fassend, fasste sich das Mädchen ein Herz, erlegte ein, und begab sich in ihren Dienst. Es besorgte auch alles nach ihrer Zufriedenheit, und schüttelte ihr das Bett immer gewaltig, auch das Federn wie Schneeflocken umherflogen. Dafür hat es auch ein gutes Leben bei ihr. Kein böses Wort, und alle Tage Gesottenes und Gebratenes. Nun war es eine Zeit lang bei der Frau Holle. Da war das Traurige und wusste anfangs selbst nicht, was ihm fehlte. Endlich merkte es, dass es Heimweh war, ob es mir gleich 4000 Mal besser ging als zu Hause. So hat es noch ein Verlangen Teil. Endlich sagt es zu ihr, ich habe den Jammer nach Hause gekriegt, und wenn es mir auch noch so gut geht hier, so kann ich doch nicht länger bleiben. Ich muss wieder nach Hause zu den Weinigen. Die Frau Holle sagte, es gefällt mir, dass du wieder nach Hause verlangst, und weil du mir so treu gedient hast, so will ich dich selbst wieder hinaufbringen. Sie nahm es darauf bei der Hand und führte so ein großes Tor. Das Torwart war getan und wie das Mädchen gerade darunter stand, fiel ein gewaltiger Goldregen, und alles Gold blieb an ihr hängen, sodass es über und über davon bedeckt war. Das sollst du haben, weil du so leisig gewesen bist, sprach die Frau Holle und gab ihm auch die Schwuligte, die in den Brunnen gefahren waren. Darauf war das drüber geschlossen, und das Mädchen befand sich oben auf der Welt, nicht weit und seine Mutter aus. Und als es in den Hof kam, saß er auf dem Brunnen und rief gegen Riki, unsere goldene Jungfrau, ist wieder hier. Der ging es hinein zu seiner Mutter, und weil es somit Goldbedeckt ankam, war das Wort ihrer und der Schwester gut aufgenommen. Das Mädchen erzählte alles, was ihm begegnet war, und als die Mutter hörte, wie es zu der großen Reichtum gegründet war, freute sie der anderen hässlichen und vor allem doch so gerne deshalb glücklich schatten. Sie mussten sich an den Brunnen setzen und spinnen, und damit ihre Spule blutiger hatte, stach sie sich in den Finger und schließt sich die Hand in die Dornhecke. Dann war sie die Spule in den Brunnen und sprang selber hinein. Sie kam wie die andere auf die schöne Wiese und ging auf dem selben Pfade weiter. Als sie zu dem Backhof gelangte, schrie das Brot wieder, ach, zieh mich hier raus, zieh mich hier raus, sonst verbrenne ich, ich bin schon längst ausgepackt. Die Frau lehr aber antwortete, daher die Klassen nicht schmutzig zu machen. Und ging fort, bald kam sie zu dem Abfühlbau der Wiese. Ach, schüttel mich, schüttel mich, die Äpfel sind alle miteinander rein. Sie antwortete aber, du kommst mir recht, es könnte mir einer aus dem Kopf fallen und ging damit weiter. Als sie mit der Frau Rolle herauskam, fürchtete sie sich nicht, weil sie von ihren großen Zähnen schon gehört hat und verdenkte sie gleich zu ihr. Am ersten Tag tat sie sich gewalt an, war fleißig und folgte der Frau Rolle, wenn sie etwas sagte, denn sie dachte an das viele Gold, das sie ihr schenken würde. Am zweiten Tag aber fing sie schon an zu Faulens, am dritten noch mehr und da wollte sie morgens gar nicht aufstehen. Sie machte der Frau Rolle das Bett nicht, wie sie sich gebürt und schüttelte es nicht, dass die Wälder flogen. Das war sie Frau Rolle bald müde und sagte den Dienst auf. Die Frau Rolle war das Unzufrieden und weiter. Nun führte der Goldring kommen. Die Frau Rolle führte sie auch zu dem Tor, aber sie stand runter und das war statt des Goldes ein großer Kessel und Pech ausgeschüttet. Das ist zur Belohnung deiner Dienste, sagte die Frau Rolle und schloss das Tor zu. Da kam die Frau Rolle heim, aber sie war ganz mit Pech abdeckt und da war der Frau als er sie sah. Die Kirche ging und so schmutzige Jungfrau ist wieder hier. Das Pech aber blieb fest an ihr hängen und wollte, solange sie lebte, nicht mehr abgeben. Das kleine Mädchen mit den Schüchel zahm. Es war in Sänzlichkeit, es schneide und abend dunkelte bereits. Es war der letzte Abend im Jahre Silvesterabend. Diese gelte und diese Winsternis ging auf der Straße ein kleines armes Mädchen mit bloßen Kopf und nackten Füßen. Es hatte wohl freilich Pantoffel angehabt, als es von Haus sofort ging. Was konnte das helfen? Es waren sehr große Pantoffel. Sie waren von seiner Mutter gebaut worden. So groß waren sie und diese hatte die Kleine verloren, als sie über die Straße alt waren. Sie haben zwei Wagen in rasender Eile für überjagd. Eile Pantoffel war nicht wieder rauszuwenden und mit dem anderen machte sich ein Knabe aus dem Staub. Welche war schon war er als Niege zu benutzen? Wenn er einmal Kinder beging, da ging nun das kleine Mädchen auf dem lackten zierlichen Füßchen, die vor Kälte ganz rot und blau war. In ihrer alten Schürze trug sie eine Mehl, Schwefelhölze und ein Bund hielt sie in der Hand. Während des ganzen Tages hatte ihr jemand etwas abgekauft. Niemand bei Almosen gereicht und russend schleppte sie die arme Kleine weiter und sah schon ganz verzagt und eingeschütert aus. Die Schneeflocken fielen auf ihr langes blauen Haar, das schön gelockt über ihren Nacken in der Fluss. Aber bei diesem Schmuck fehlten ihre Gedanken wahrlich aus allen Fenstern strahlte hellartig der Glanz und über alle Straßen verbreitete sich der Geruch von künstlichem Gänsebraten. Es war ihr Silvesterabend und dieser Gedanke erfüllte alle Sinne des Gleit mit Liegen. In einem Winkel zwischen zwei Häusern und denen das eine etwas weiter die Straße vorsprach als zum Ander kauerte es nicht nieder. Seine klein Beinchen hatte es unter sie gezogen, aber es wurde noch mehr und wagte es trotzdem nicht nach Hause zu gehen, da es noch kein schlechter Leben Streichhäuser verkauft, noch keinen Heller erhalten hat. Es hätte gewisse Verwahrerschläge bekommen und Geld war es zu Hause ja warum. Sie hatte das bloße Tag gerade über sich und der Rimpf Schneider den Leib auf Gleich Stroh und Lumpen in die größten Ritzen gestoppt waren. Arigot musste ein Schwieger es tun, wenn es nur Fragen durfte als unsere Schichtel auszunehmen, es gegen die Wand zu streichen und die Linger daran zu wärmen. Endlich suchte das Kind als heraus. Ritsch! Ich spürte es, die Brande ist. Der Speslau ist strahlte eine Farbe hellen am Haus wie ein kleines Licht, als es das Händchen und das Überhielt. Es war ein merkwürdiges Licht. Es kam dem kleinen Mädchen vor, als sie seht es von großen eisern an Ofen mit Messingbeschlägen und Messingverzierung. Das Feuer brannte so schön und wärmt so und die Kleine streckte schon die Füße aus, um auch diese zu wärmen. Da loschte die Lachen. Der Ofen verschwand. Sie saß mit einem Stüppchen des ausgebrannten Schwiebelholzes in der Hand da. Ein Neues wurde angestrichen. Es brannte, es leuchtete und an der Stelle der Mauer, auf welcher der Schein fiel, wurde sie durchsichtig wie ein Flur. Die Kleine sah gerade in die Stube hinein, wo den Tisch mit einem blendend weißen Stuhl und feinem Porzellan gedenk stand und köstlich dampfte, die mit Pflaumen und Äpfeln gefüllte gebratene Gans darauf. Und was noch herrlich war, die ganz sparen aus der Schüssel und Watschlitte mit Kabel und Messerbrücken über den Fußboden hin. Gerade in die Richtung auf das arme Mädchen schlug sie ein. Da erloschte Schwefelholz und nur die dicke költe Mauer war zu sehen. Sie zündete ein neues an. Da saß die Kleine unter dem herrlichsten Weihnachtsbaum, aber noch größer und weit reicher ausgeputzt bei dem reichen Kaufmann durch die Glastik gesehen hatte. Tausend von Lichtern branken auf den Grünzweig und bunt Bilder wie die, welche in den Laden ausgestellt werden, schaute auf sie ernieder. Die Kleine streckte beide Hände nach in die Höhe. Da erloschte das Schwefelholz. Die vielen Weihnachtslichter stiegen höher und höher und sie sah jetzt er dass es die hellen Sterne war. Einer von ihnen fiel herab und zog einen langen Feuerstreifen über den Himmel. Jetzt stirbte jemand, sagte die Kleine, denn die alte Großmutter, die sie allein freundlich behandelt hatte, jetzt aber längst tot war, hatte gesagt, wenn ein Stern fällt, steigt eine Seele zu Gott im Sie strich wieder ein Schwefelholz gegen die Mauer. Es warf einen weiten Lichtschein rings vorher und im Glanze desselben stand die alte Großmutter hell, beleuchtet, mild und freundlich da. Großmutter, rief die Kleine, oh, nehme ich mit dir, ich weiß, was du verschwendest, sobald das Schwefelholz ausgeht. verschwendest du mit der warmen Kachelofen, der köstliche Gänzebrat oder große flimmernde Weihnachtsbaum. Schnell strich sie gegen den Rest der Schwefelhölzer an, die sich noch in dem Schächter befanden. Sie wollte die Großmutter festhalten und die Schwefelhölzer verbreiteten einen solchen Glanz, das zähler war, als am lichten Tag. So schön, so groß war die Großmutter nie gewesen. Sie nahm das kleine Mädchen auf ihren Arm und hoch schwebten sie am Morgen in Glanz und Freude, Gelde, Hunger und Angst wichen von ihnen. Sie war bei Gott, aber im Winkel am Haus saß in der kalten Morgenstunde das kleine Mädchen den roten Wangen mit Lächeln und den Mund, tot erfroren am letzten Tag des alten Jahres. Der Morgen des neuen Jahres ging über der kleinen Leiche auf, die mit den Schwebelhölzern, wovon fast ein Schichterchen verbrannt war, besahen. Sie hat sich wärmen voll, sagte man. Niemand wusste, was sie Schönes gesehen hatte, in welchem Glanz sie mit dem Alt groß runter zu Neues Freude reingegangen. Bist du noch wahrer oder schlechte Chance, ganz tief und wenn, in deiner eigenen Wutterschlüssel, treu, ich wünsche dir eine wundervolle und entspricht, gute Nacht, treu, Wutterschlüssel, Wutterschlüssel, treu, ich wünsche dir eine wundervolle und entspricht, gute Nacht, treu, ich wünsche dir eine wundervolle und entspricht. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.